Liebe Schülerin, lieber Schüler, auf der Grammatik Tafel 1b geht es um die Konjugation der unregelmäßigen Verben. Wir haben im Deutschen etwa 170 unregelmäßige Verben. Davon interessant sind die Verben mit den Vokalen a, e. Diese Verben haben in der zweiten und in der dritten Person Umlaut beim a. Also aus a wird ä und aus dem e wird ein i oder ein ie. Dies betrifft aber nur die zweite und die dritte Person Singular. Im Plural werden diese Verben wieder ganz normal konjugiert. Beispiel fahren, du fährst, er, sie, ist, fährt. Oder lesen, du liest, er, sie, ist, liest. Ähnlich funktionieren die unten angefügten Verben, aufgeführten Verben. Als Beispiele backen, er, sie, ist, bäckt, blasen, er, sie, ist, bläst, braten, er, sie, ist, brät, fahren, er, sie, ist, fährt, fangen, er, sie, ist, fängt, graben.